Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spiele vorstellen wir uns auf dem Kanal sofort und gleich. Ja und das Spiel heißt Super Cat Tales 2 ist momentan sehr beliebt. Das ist ein Jump'n'Run Spiel. Schauen wir mal wie das ganze hier aussieht. Sieht ein bisschen aus nach einer alten Super Mario Version. Oh mein Gott. Dann schauen wir mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses riesige Luftschiff ist auf dem Hügel abgestürzt. Das muss ich mir ansehen. Okay. Tippe rechts oder links zum Gehen. Hier auf eine Wand zu und zu glättern. Okay. Tippe zweimal links oder rechts zum Laufen. Okay. Was war da? Was stand da jetzt jemand? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf über einen Vorsprung um zu springen. Okay. Nein! Ah! Herr gleich stellt sich jetzt gleich schon wieder sehr dusselig an. Hm? Hmm... Hmm... Hmm. Mhm. zusammenstöße mit gegnern betäuben dich vorsicht diese geile sound stell dich auf die karierte fläche um das level abzuschließen ja ich hab level 1 geschafft level abgeschlossen zeit perfekt gab es denn da noch ein drittes ding da würde ich mal sagen dann gehen wir da oben weiter welt 1 2 zinnsoldaten wer hätte den motor aufziehen sollen na gut die restlichen soldaten sind unterwegs hey ich hab euch abstürzen sehen braucht ihr hilfe sehen diese aus als würden die hilfe brauchen hey hey wach auf auf geht's komm raus da raus da wo bin ich im zinnrumpf eines luftschiffs wir müssen hier raus kleiner kater bewacht uns jemand die luft ist rein als würde ein kleines hundchen bellen oder das kann also hört sich nicht nur eine katze an wenn sich bei euch die katzen so an wow danke ich bin alex ich bin sergeant mcmau na komm dann gehen wir mal dem sergeant mcmau hinterher das laufe mit mcmau gegen gegner musiker zu schlagen dann springt er ja nicht auf geht's springen tippe während des kletterns in die andere richtung um einen wandsprung auszuführen mcmau mcmau erstmal den hm hm den sollte ich mir auch noch holen ist der andere doch auch wieder da oder scheinbar soll das jetzt funktionieren ok jetzt gehen wir da hoch dann zu dem rüber und dann nach hoch ok oh noch mehr kisten nicht meine ich bin nicht mein spezialgebiet kein problem ich übernehme ja hätte das jetzt nicht selber gekonnt hätte das jetzt nicht selber gekonnt damit ich war mit ist das vielleicht war Es wird schon wie sie viel fallen haben. Geschafft! tippe links oder rechts zum bewegen tippe zweimal links oder rechts zum schießen bis zum schießen Hier geht es nicht weiter. Was jetzt? Märzchensoldaten sind im Anmarsch? Spring! Nur ein einziges Bömmelchen habe ich gefunden. Okay. Alles klar. Welt 1,3 Tulpenwiesen. Ein einziges Bömmelchen? Hä? Okay. Wir müssen gleich mal nach links laufen, ne? Geht gar nicht. Huch! Ich dachte, Katzen landen immer auf den Füßen. Also gut. Äh, warte. Jetzt war ich zu schnell. Wir müssen zusammenhalten, wenn wir die Zinn-Armee besiegen wollen. Hm. Okay. Ich bringe dich nach Hikari-Aiti, um Hilfe zu suchen. Mek-Mau. Tritt dem Team bei. Oh Gott. Vergiss nicht, ich kann alle Gegner angreifen, außer die mit Stacheln. Ah, da oben drauf drücken, um die Katze zu wechseln. Alles klar. Das hier wäre Mek-Mau. Mek-Mau. Jetzt erstmal gucken, was hier los ist. Ich hab den doch weggenockt. Ich versuche jetzt aber auch noch zu bekommen. Bäh! Und? Kam was raus? Nein. Kann man da runter? Gibt es da eine Möglichkeit runter zu gehen? Beide in einem Sprung. Beide in einem Sprung. Okay. Jetzt hole ich mir das. Ach, da kann ich durch. Und da gibt es mit Sicherheit da oben. Nein! Blödhorst. Ich will wieder zurück hier. Ich will mir das holen. Und hier gibt es mit Sicherheit ein Bömmelchen. Genau, da ist ein Bömmelchen. So, da ist das eine Bömmelchen. Das habe ich jetzt gefunden. Gehe wieder hoch. Hast du... Ich bin deutlich. Ich bin ein Bömmelchen. Ich bin auf dem Kass. Ich bin ein Bömmelchen. Säger. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier dagegen laufe? Erinnert mich stark an Super Nintendo-Zeiten. Oh, da bin ich vorbei gesprungen. Aber ich schätze mal, da oben wird das nächste Ding sein. Komm, das schaffst du, oder? Das schaffst du nicht? Das schaffst du echt nicht. Okay. Gleich nochmal. Ah, da ist ein Bömmelchen. Das heißt, jetzt haben wir das Bömmelchen Nummer 2. Das andere wäre bestimmt da oben gewesen. Aber da komme ich irgendwie nicht hin. Uh! Untertitelung des ZDF, 2020 warum ist er nicht höher? muss er irgendwie höher gehen ist echt nicht höher soll ich da an das Grimmelchen jetzt rankommen? vielleicht indem ich gegen das Ding da springe und? nein, jetzt rutscht er wieder runter komm, hoch hoch, nochmal hoch, komm ich will an das Bömmelchen da runter fast oh mein Gott das reicht nicht, der schafft das nicht alter Vater oh mein Gott oh mein Gott ich glaub jetzt bin ich tot nein, ouch, fast geschafft willst du die Werbung ansehen um fortzufahren? was? ich will keine Werbung sehen jetzt nein, jetzt wollte ich zu viel dann wär ich doch locker durchgekommen ey dann wär ich doch locker durchgekommen oooooh mann, oh mann ja, also das ist Supercat Tales Teil 2 wenn's euch gefallen hat dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da im alten Super Mario Style jetzt hat der Herr gleich gleich mal wieder Käse gemacht der Olle meine Güte ja, wenn's euch gefallen hat lasst ein Like da schreibt was in die Kommentare abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein wenn ich euch ein neues Spiel vorstelle oder eventuell die Supercat Tales Teil 2 Spiele vielleicht müsste ich mal den Herrn sofort da motivieren mal gucken, wie wir weiter da kommen können also, macht's gut, bis dann und tschüss